Hallo Nation, großes Talent kommt zum BVB. Aber zunächst einmal, wenn Sie ein treuer Fan von Borussia Dortmund sind und mehr Informationen wie diese möchten, empfehle ich, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, da ich alle Neuigkeiten verfolge und sie hier aus erster Hand auf dem laufenden Hals sind. Zurück zum Thema. Chelsea's Josh Achiampong ist offenbar auf den Radar von Borussia Dortmund geraten. Dies geht aus englischen Medienberichten hervor. Der 18-jährige Außenverteidiger spielt üblicherweise auf der rechten Abwehrseite, kann aber auch in der Innenverteidigung eingesetzt werden. Bei den Blues steht er bis 2026 unter Vertrag. Chelsea möchte jedoch auf Achiampong verzichten und droht, ihn nicht wieder einzusetzen, bis sie einen neuen Vertrag unterschreibt. Auch Liverpool, Newcastle United, Tottenham, Paris Saint-Germain und Real Madrid interessieren sich für ihn. Achiampong gab in dieser Saison unter Trainer Enzo Maresca sein Profi-Debü. Derzeit absolviert er zwei Pflichtspieleinsätze für die Londoner, in denen er 32 Minuten Spielzeit erhalten hat. Damit Sie keine Informationen wie diese mehr Flecken hinterlassen, hinterlassen Sie ein Like auf dem Video, damit YouTube weiterhin Videos für Sie teilen kann. Und vergessen Sie nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit Sie keine Neuigkeiten von unserem Team bemerken. Und das ist eine Umrüstung und ein Abschied.